Drei Jahre nach ihrer Mega-Auszeit bricht Schlagersängerin Helene Fischer endlich ihr Schweigen. Erfolg hat seinen Preis. Das musste auch Schlager-Beauty Helene Fischer, 38, am eigenen Leib erfahren. Stern-Trick-Erwarnung, in diesem Artikel geht es um Bonuts. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Hör, schneller, weiter. Keine Frage, in den vergangenen Jahren mauserte sich Helene Fischer zu einer der erfolgreichsten Schlagersängerinnen des Landes. Doch das Leben auf der Überholspur ist offensichtlich nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Wie sie in einem halbstündigen Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF in der Sendung gredigt direkt. Schleifrat. 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 Vielen Dank.